Ein weiteres ganz, ganz wichtiges Thema hier in diesem Buch ist natürlich die Ernährung. Und auch da spreche ich aus Erfahrung. Was mir ganz, ganz wichtig ist, liebe Frauen da draußen, ein kleiner Tipp vorweg. Wir können nur abnehmen, wenn wir etwas essen. Es kommt aber darauf an, was wir essen, was ich damit genau meine und was die 80-20-Regel bedeutet, das erkläre ich euch alles hier drin in diesem wunderbaren Tagebuch. Tagebuch, das ist doch ein Sportbuch, ja. Aber für mich ist es viel, viel mehr ein Tagebuch, weil es autobiografisch geschrieben ist. So, noch einen Tipp gibt es heute von mir. Schnappt euch das Buch und wir legen direkt los.